So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit dem Playstation Plus Highlight aus dem Monat Dezember und das könnt ihr euch jetzt runterladen. Das ist nämlich Godfall, die Challenger Edition für PS4 und PS5. Ich habe hier die PS5 Version im Hintergrund am Laufen und ihr könnt euch die, wie gesagt, jetzt auch runterladen. Wenn ihr euch die runterladet, habt ihr die Möglichkeit, dann die Challenger Modi zu spielen. Das sind drei einzigartige Modi, Lightbringer, Dreamstone und Ascended Tower of Trials und die Modi sind im Endgame Level Content und da werdet ihr sofort mit einer großen Auswahl tödlicher Waffen zusätzlicher Skillpunkte ausgestattet, sodass ihr mit bis zu zwei weiteren Spielern im Koop spielen könnt. Und ihr könnt dort den Charakter perfektionieren, die Feinde zerschmettern und die Endgame Challenger Koop Edition, also die man hier spielen kann, ist auch mit allen anderen Editions kompatibel. Ihr könnt da auch mit jedem zusammenspielen und wenn ihr dann euch entscheiden solltet, dass ihr das Spiel auch dann haben wollt, also dass ihr eben den Rest vom Spiel haben wollt, zum Beispiel dann die Story oder das, was da eben noch dabei ist, dann könnt ihr einfach für 15 Euro auf die Deluxe Edition upgraden, dann habt ihr den ganzen Rest. Also die Challenger Edition ist eine ganz andere Edition wie eben das Hauptspiel und deswegen habt ihr hier die Möglichkeit, dann abzugraden. Ja, und Godfall ist eben ein Spiel, wo es ja auf Nahkampf drauf ankommt und auch ein Loot-Slasher-Spiel, wo man eben, ja, wenn man verschiedene Punkte im Spiel erreicht hat, dann auch Loot bekommt, damit seinen Charakter verbessern kann und dann da eben, ja, gucken kann, dass man seinen Charakter nach oben zieht. Ja, wenn ihr jetzt hier drauf schaut auf das Menü, dann seht ihr hier, ne, man hat verschiedene Attribute, genauso unten dann mit den ganzen Werten, die maximalen LP und sekundäre SPS und primäre SPS, ne, also Schaden pro Sekunde und so weiter. Das kann man hier alles dann verändern und upgraden, wenn man dann andere Waffen hat, ne, kann man die dann hier auswählen und dann verwenden und sich dann verstärken. Genauso ist es mit dem Schild und mit den anderen Sachen, die man hat, wo man dann hier auswählen kann, was richtig, richtig gut ist. Und hier gibt es dann auch noch, äh, habe ich gesehen, Ringe, die man auswählen kann, ne, ihr seht hier, da wird dann die Macht erhöht, wenn man den ausrüstet. Und es gibt halt verschiedene andere Sachen, die man dann im Laufe des Spiels bekommt und man dann verbessern kann. Verstärkungen, ne, seht ihr auch, könnt ihr dann auch nochmal machen. Und ihr habt dann auch hier zum Beispiel die Rüstkammer, da seht ihr dann, ne, was ihr alles habt, was ihr ausrüsten könnt und wo was ist, was ihr dann noch habt zum Machen. Genauso ist es dann mit den ganzen Fertigkeiten, ne, ihr kriegt Fertigkeiten, äh, Fertigkeitspunkte, die könnt ihr dann hier ausrüsten und verbessern und davon gibt es dann mehrere Stufen, die man hier aufsteigen kann. Also auch richtig cool. Dann gibt es einen Ressourcenbildschirm, wo man dann nochmal schauen kann, was für Ressourcen hat man. Dann kann man seine Leute einladen, Codex, wo man alles nachlesen kann und Verdienste, wo man dann auch nochmal sieht, was man hier zu tun hat. Also richtig, richtig cool. Und, ja, der Charakter, den ich jetzt hier habe, ist Silbermane. Ihr könnt euch aber dann auch noch einen eigenen Charakter erstellen. Und ihr habt in dem Spiel dann einen schweren und einen leichten Angriff. Also wenn ihr hier seht, ne, ich greife einmal mit R2 schwer an, einmal mit R1 dann leicht und dann habt ihr die Möglichkeit dann auch noch euer Schild dann rauszuholen und das könnt ihr dann aber mit R2 dann auch auf die Gegner werfen, wie ihr es hier seht und die dann so angreifen. Wenn ihr den rechten Stick reindrückt, dann könnt ihr anvisieren, wie ihr es hier seht. Ich habe jetzt hier abgewehrt. Wenn man im richtigen Moment abwehrt, dann kriegt man auch noch ein, so sozusagen, ein Bonus, also man kann dann sozusagen kontern und dadurch dann auch natürlich dann die Gegner davon abhalten, dass sie einen treffen. Was ich richtig gut finde und es fühlt sich auch gut an, so vom Gameplay her. Jetzt machen wir hier mal die Kiste auf, dann können wir hier wieder ein paar Sachen einsammeln und davon gibt es dann auch mehrere, wie ihr hier seht, ne. Ihr könnt dann mehrere Kisten öffnen, die dann aufmachen und dann habt ihr hier nochmal verschiedene Sachen. Morphsteine seht ihr hier, ne. Ist unidentifizierte Beute und taucht in verschiedenen Stufen auf. Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Und da kann man dann gucken, dass man die ausrüstet. Man kann aber auch hier Sachen zerschlagen. Da sind dann manchmal auch dann, ja, verschiedene Items drin oder halt, ja, auch Energie, die man dann aufsammeln kann. Hier sind jetzt noch ein paar Gegner, die können wir dann noch besiegen. Und dadurch kriegt man natürlich auch dann, ja, XP. Jetzt hier, ne, müssen wir wieder aufpassen. Ups, das war falsch. Mit X könnt ihr dann auch ausweichen. Unten seht ihr dann auch die XP, ne, wie die hochgehen. Hier haben wir dann noch eine Kiste. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Ich habe jetzt hier geblockt und dann können wir wieder angreifen und den hier dann zur Strecke bringen. Genauso ist es mit dem hier. Abwarten, bis er angreift. Hier ist auch noch einer. Da sind ein paar mehr dann dazugekommen. Und dann haben wir das hier auch schon geschafft. Hier ist dann Energie, wie ihr seht. Die könnt ihr dann hier aufheben. Da erhöht sich dann eure Energie. Und hier ist dann nochmal eine Kiste, die wir aufheben können oder öffnen können. Und ja, es lohnt sich dann schon, gewisse Sachen zu zerstören. Ihr seht sie hier. Na, man kriegt dann Energie. Da sind dann auch nochmal Sachen zum Aufheben. Also die Dinge zerstören, das lohnt sich schon. Sollte man in so einem Spiel immer machen, da man da dann Belohnungen bekommt. Grafisch sieht es auch ganz cool aus. Es gibt einen Qualitätsmodus, einen Performance-Modus, den man hier spielen kann. Ich habe jetzt hier gerade den Qualitätsmodus an, um einfach mal zu zeigen, wie gut das Spiel aussieht. Und ja, man sollte dann auch natürlich immer gucken, okay, wo kann ich vielleicht noch Kisten finden. Jetzt gucken wir mal hier. Wir haben schon wieder neue Ausrüstung. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Hammer. Und das ist auch so, je nachdem, was man hier ausrüstet, Langschwert oder Hammer, verändert sich dann auch die Art, wie man attackieren kann. Und das werde ich mir dann auf jeden Fall noch anschauen. Ich will jetzt bloß mal ganz kurz gucken, dass wir hier vielleicht noch irgendwo etwas Cooles finden. Also zum Beispiel dann auch noch eine Kiste. Hier sind jetzt aber auch noch Gegner, die kann man dann besiegen. Das hilft natürlich, um dann mit den XP aufzusteigen. Auch noch ein paar Kisten finden, wie ihr es hier seht. Da gibt es auch noch Kisten, die man dann öffnen kann. Sollte man auf jeden Fall immer machen, um dann seine Ausrüstung zu bekommen. Können wir mal hier ein paar Sachen noch zerstören. Und dann sollten wir ein bisschen weiterkommen. Okay, wir müssen halt mal gucken, dass wir vielleicht da hinten noch eine Kiste finden. Da ist noch eine, die wir öffnen können. So, das sammeln wir alles ein. Da unten ist nichts. Können wir mal hier schauen, ob hier noch was ist. Okay, da hinten vielleicht. Okay, es sieht nicht danach aus. So, dann gehen wir mal davor. Wir haben aber jetzt noch was bekommen. Hier haben wir noch... Ah, okay, das ist ein ähnliches Objekt, was wir da bekommen haben. So, wir gehen jetzt mal weiter. Und wie gesagt, das Spiel ist ungefähr 23 GB groß auf der PS5. Also sollte eigentlich nicht allzu schwierig sein, dann Platz dafür zu haben. Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass es nicht so groß ist. Und ja, also es ist halt ein sehr auf Nahkampf orientiertes Spiel. Man kann aber auch alles Koop spielen. Das heißt, ihr könnt da auch mit Freunden dann zusammen zocken. PS4 und PS5 kann natürlich auch zusammen spielen. Und ihr müsst dann immer gucken, dass ihr auch die anvisiert. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Man muss immer aufpassen, dass man dann im richtigen Moment ausweicht. Denn die Gegner machen schon ganz schön Schaden. So ist es nicht. Der hat jetzt hier einen Schutz durch den anderen bekommen. Deswegen müssen wir jetzt den hier mal angreifen, damit er den anderen hier nicht schützt. Und wie ihr seht, ist es nicht so einfach, im richtigen Moment dann auszuweichen. Und die zwei haben wir jetzt besiegt. Und dadurch dann wieder hier unsere Energie zurückbekommen. Jetzt müssen wir bloß gleich mal gucken. Ne, okay, das passt. So, hier ein paar Sachen zerstören. Da gibt es nämlich noch Energie. Das sollte man immer mitnehmen. Und dann hier noch. Genau. So. Hier ist auch noch Energie. Und die kann man sich dann durch Fiegedrücken auch nochmal selber geben, wenn man das möchte. Hier ist dann noch eine Kiste. Die machen wir auch noch auf. So, hier. Und dann gucken wir gleich mal nach. Wir haben noch einen Ring bekommen. Vielleicht können wir den noch ausrüsten. Der hier. Gewinnlicher Ring, ja, der macht die Macht hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob man eventuell zwei Ringe ausrüsten kann. Doch, kann man hier. Da müsste ja der hier noch ausrüsten. Ne, kann nur ein Exemplar. Okay. Das heißt, wir müssten noch einen anderen Ring finden, den wir dann ausrüsten können. Ist aber nicht weiter schlimm. Dann gucken wir mal hier weiter. Und das, wo ich hier jetzt gerade bin, das ist wirklich der Anfang. Also das ist das Tutorial, was man hier spielen kann. Um dann hier eben zu gucken, okay, was kann ich hier machen? Und wie ist die Steuerung? Finde ich auch gut, dass das dabei ist. Dass man erstmal auch checkt, okay, wie funktioniert das Spiel? Was kann man machen? Wie ist die Steuerung? Wie sind die ganzen einzelnen Elemente vom Spiel? Dass man da nicht ins kalte Wasser geworfen wird. Und finde ich immer sehr gut, wenn das dann so ist. Und dann gucken wir mal hier weiter. Und es spielt sich schon gut. Also es spielt sich vom Gameplay her echt gut. Es spielt sich auch sehr flüssig. Und klar, mit den ganzen verschiedenen Attacken, die man dann hat. Ich denke mal, wenn man weiterkommt im Spiel, wird es dann auch noch mehrere Sachen geben, die man dann machen kann, was auch die ganzen Builds dann angeht von dem Charakter. Ich denke, da wird auch noch einiges dann sein, dass man hier dann, ja, an Auswahlmöglichkeiten hat. Je nachdem, welche Waffen man nimmt, ob man jetzt einen Hammer nimmt oder die anderen Sachen. Das, denke ich, wird es hier dann klar auch geben. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Hier hinten ist noch ein Gegner oder zwei. Den einen habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen. Hinter mir war auch noch einer. Der war dann hier. Ups, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Schaden bekomme. Oh, genau, ausweichen. Vorsicht. Man muss da immer dran denken, dass man auch sein Schild verwendet. So, jetzt habt ihr gesehen. Ich habe einen richtigen Moment dann geblockt. Und dann kriegt man hier diese, ja, Block-Stun-Mechanik und kann dann dadurch, jetzt muss ich wieder Energie nehmen, kann dann dadurch die Gegner stunnen und verhindern, dass sie einen, ja, angreifen in dem Moment. Und dann sind sie für kurze Zeit verwundbar, können nichts machen und man selber hat die Chance dann anzugreifen. Richtig, richtig cool. Wir haben jetzt hier noch eine Kiste, die machen wir natürlich auf. So, da sind wieder einige Sachen drin. Okay. Äh, Ring. So, hier. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch einen Ring, Lebensstein. Gesundheitserholung ist höher. Und wir haben auch noch einen. Yep. So. Ringe haben wir auch noch was Neues. Damals schon grünen. Krankheitsdauer, Niederschlagsschaden. Dann nehmen wir den hier. Und dann gucken wir gleich noch, dass wir den vielleicht ausrüsten, denn wir haben hier zwei Plätze. Und so. Dann haben wir schon mal ein bisschen uns hier verbessert. Also grafisch finde ich es wirklich sehr cool. Sieht echt cool aus von der Grafik her. Und macht auf jeden Fall was her. Auch Gameplay-Technisch finde ich es ganz cool. Es ist ja ein Spiel, was jetzt schon viele Updates bekommen hat. Auch viele neue DLCs sind dazu gekommen, die dann auch hier mit dabei sind. Aber, wie gesagt, man hat hier die Challenger Edition. Das ist die Edition, wo man eben dann diese drei verschiedenen Modi hat. Und wenn man die... Ah, schnelle Wendung gibt es auch. Okay. Ich muss jetzt bloß aufpassen hier, dass ich im richtigen Moment ausweiche, was ich jetzt gerade nicht geschafft habe. Ui, der macht schwere Angriffe. Ich muss bloß gucken, dass ich hier wieder, wie gesagt, ausweiche. So, wieder zurück. Ui, nein. Ui, jetzt wird es gefährlich. Ich muss gucken, dass ich hier schnell irgendwo Energie finde. Ui. Ui, da hat es mich erwischt. Vom Checkpoint neu starten. Ja, also es ist, es ist, ähm, klar, ein bisschen anspruchsvoll auf jeden Fall. Es ist nicht so easy. Und klar, am Anfang hat man noch nicht die beste Ausrüstung. Da wird man dann klar ein bisschen gefordert. Aber, das ist nicht schlimm. Man muss ja auch erst mal sich an das Spiel gewöhnen und die ganzen Mechaniken. Jetzt seht ihr hier wieder, der wird geschützt. Da müssen wir erst mal dann gucken, dass wir den anderen ausschalten. Den haben wir jetzt. Der hier, ne, das ist der. Ups, der hat mich erwischt. Der wird dann nämlich von dem anderen geschützt. Oh, okay, jetzt. Nein, der wird wieder geschützt, oder? Ne, 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 das passt, das passt. Komm schon, komm schon. Zack. Jetzt, jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir den hier machen. Und wenn man sprintet, seht ihr auch, kann man dann nochmal einen extra Angriff machen. So, den hätten wir auch. Hier ist noch was zum Einsammeln. Das wollen wir uns auch noch. Und, ja, also ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool bisher. Muss man natürlich schauen, wie es sich dann noch verändert und weiterentwickelt. Oder besser gesagt, was da dann alles noch kommt und wie viel Motivation das Ganze bietet. Aber bisher finde ich es wirklich ganz cool. Und, ja, auch mit den Auswahlmöglichkeiten, ne, was man hier hat mit Fähigkeiten und so weiter. Wie gesagt, ihr könnt euch auch einen eigenen Charakter erstellen. Das könnt ihr natürlich auch machen, ne, wenn ihr dann hier drauf geht auf Charakterauswahl, könnt ihr dann unten hier noch einen eigenen Charakter erstellen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und, ansonsten, ja, müsst ihr halt dann auch erstmal das Tutorial spielen. Wenn ihr das dann durch habt, dann geht es halt richtig los, ne, dann könnt ihr das Ganze dann richtig anfangen zu spielen. Alles auch mit Freunden. Also das ist natürlich auch cool, wenn man alles mit Freunden spielen kann, weil dann macht das Ganze nochmal mehr Spaß. Ich finde es generell gut, wenn es dann mehrere so Koop-Sachen gibt. Weil Koop macht eigentlich alles immer mehr Spaß. Das ist klar. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, jo, das schaue ich mir an. Schaue ich mir auf jeden Fall mal richtig an, was da alles so gibt, was man so machen kann. Und dann, ja, wenn es einem gefällt, kann man dann immer noch auf die, ganz, ja, auf die Deluxe Edition upgraden, wo man dann wirklich alles hat, was das Spiel zu bieten hat. Weil die Challenger Edition, wie gesagt, eine separate Edition ist vom Spiel, die zu einem günstigeren Preis erhältlich wäre, wenn man jetzt nicht, zum Beispiel hier, durch Playstation Plus auf das Zugriff bekommt. So, jetzt bin ich wieder Stufe aufgestiegen. Können hier wieder schauen, dass wir hier was aufheben. So, und das finde ich, ist definitiv dann cool, dass man halt dadurch einfach ins Spiel reinschauen kann. Man sieht dann, hey, wie das ist. Und wenn es einem gefällt, dann spielt man es eben weiter. Und, ja, wenn einem das reicht, was man hier hat, dann kann man ja auch einfach das spielen. Also, dann muss man ja gar nicht wirklich dann irgendwie auf eine andere Edition upgraden. Weil, wenn man sagt, ey, das, was ich hier zu spielen habe, das reicht mir aus, das ist für mich okay, da brauche ich jetzt nicht wirklich was anderes, dann kann man das natürlich lassen. Ja, ähm, ich würde dann damit auch zum Ende des Videos kommen. Wie gesagt, Godfall Challenger Edition für PS5 und PS4 verfügbar. Könnt ihr euch holen, könnt ihr spielen. Ist dann mit diesen drei einzigartigen Modi dabei. Lightbringer, Dreamstones und Ascended Tower of Trials. Die könnt ihr spielen. Und wenn ihr dann Bock habt auf den Rest, könnt ihr dann für 15 Euro upgraden. Und dann habt ihr das Ganze. Eben dann zum Zocken. Ja, ich werde auf jeden Fall dann noch zu den PS Now Games ein Video machen, also zu den neuen Games in PS Now. Und ansonsten werde ich euch dann alles weitere unten in der Videobeschreibung verlinken. Die Trailer und den PS Blog Eintrag dann für alle Infos. Ja, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Video zu Godfall Challenger Edition. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Spiel. Und, wie gesagt, schaut es euch mal an. Du sollst immer die Plus Games in die Bibliothek hinzufügen. Ihr wisst nie, wann ihr die mal zocken wollt. Und dann, wenn ihr dann irgendwann eine PS5 habt, könnt ihr dann auch die PS5-Version spielen. Ja, das soll es dann für hier gewesen sein. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Euer Monster.